Hallo ihr Lieben, es ist heute Donnerstag, das 16. Dezember 2021. Ich grüße euch herzlich aus Hartberg. Wir treffen hier gerade zusammen zu einem schönen Lichterspaziergang. Wir haben heute eine geile Trommelmaschine mit dabei. Die Menschen stehen auf für Frieden, Freiheit, Wahrheit, Selbstbestimmung, für unsere Grund- und Freiheitsrechte. Für die Kinder einige sind dabei mit ihren Laternderl. Ganz Österreich spaziert und jetzt auch Hartberg. Es wird weiterhin jeden Donnerstag um 18 Uhr spaziert werden. Grüß euch. Alles Liebe.